Hallo Leute und willkommen zurück zu, äh, ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll, lustigen, ja ich nenne das lustigen LOL Abend. Hör auf zu reden, Silian. Ich bedecke mit meiner Hand den ganzen Bildschirmen, sodass niemand weiß wer du bist. Penus. Ich bedecke mit dem Bildschirm, niemand weiß wer du bist. Penus. Penus. Gut, äh, ich... Ich bin der Penus. Ich, ich, Schattenbohr und Lion Prince spielen gegen Tundermär. Das ist ein Bot. Das ist ein Bot, also nicht erst schrecken, falls er anfängt zu reden. Schau die Ware des Penuses an. Ich hab dich mit meinem gequasselt übertönt, das weißt du aber, ne? Das ist so entraschiert, Mensch, ne? Ey, alter Schlau, mal, wir werden allein deswegen verlieren, weil du, weil du Trindermeer bist, ne? Weil du, weil du, weil du gar nicht wahr war. Gegen Trindermeer hätte du, Trindermeer, du, Trindermeer, du, Trindermeer. Ich hätt' Herrn Erdinger nehmen können gegen Trindermeer. Der hält doch nicht aus. Trindermeer. Ich hab' ehrlich, ich glaube, es ist gerade hinterlich, dass wir unsere Team-Taktiken besprechen sollen, wenn Schattenbohr in unserer Konfi ist. Ja, Schattenbohr, geh' aus der Konfi raus. Ich, dieser, der Tarnis. Schattenbohr, geh' raus. Geh' in den Augen, mein Taktik. Geh' in den Augen, mein Taktik. Geh' in den Augen, mein Taktik. Ja, das weiß ich nicht. Wuhu. Ach so, ich muss kurz den Tower tanken. Ich tank' mit dir. Hey, du Esser. Komm, Töni. Nein, ich bin nicht da. Ich bin wo ganz anders. Tower, komm, den oberen, schnell. Nimm den oberen Tower, er ist da. Nimm erst den oberen Tower. Geht schon, hopp, 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 hopp. 30 Sekunden bis zu Ende. Hey, Luba, ich hab'n voll geilen Trick. Schau, lass mich jetzt machen. Lass mich machen. Hahaha. Wow. Du bist ehrlich. Haha. Ich überlebe da. Okay, dann überlebe ich das auch. Ahahaha. Ich hab' mich schaden gemacht. Schnell, wenn wir so weit machen, Kini. Wir haben nur genug Tränke mitraben. Ich hab' Tränke. 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 Okay, lass uns zurückgehen. Okay, lass uns zurückgehen. Gleich werdet ihr leidend erschienen. Hey, Papa, war mal eurer Pischzik. Komm mit mir, komm jetzt. Baby Rückruf. Baby Rückruf ist mein. Okay. Los. Los. Komm mit, komm mit. Wir wollen uns schmieden. Ah. Er rennt ihn auch. Okay, jetzt bleib' ich die ganze Zeit. Oh, ich bin ja gar nicht. Ich bin von hinten. Hahaha. Okay, ich greif ihn an. Ahhhh, mein Gott. Hahaha. Fail. Ich kann mal um. Schafft er nur. Jetzt sind nicht. Nein. Uuuuuh. Los, dann komm mal. Kill ihn doch. Kill ihn doch. Wenn nicht, musst du Tower Diven. Ahhhh. Wagen. Da, man, ich hab den Tower Road. Da, man. Ich hab' noch was anderes mit Weigabe. Da. Das war reikig. Mörder. Echt, wir sind fast zurecht. Buck, ich hab' keine Ahnung mehr für uns und wieder. Ich warte jetzt einfach so lange, bis wir noch zehn Leute haben. Win-win-Situation. Gut gemacht, leider. Ich bin der einzige Win-Win hier. Wagen. mit ja eben das Spiel läuft besser als das erste Wurzel gegen 2 das war auch er betritt nicht hier das war aber auch nicht nur abstehen die Karte geht ich kenne es wäre direkt bei Tauern geraten okay das nein es heißt ja nur ich auch noch ein paar Euro da er war ich bin schon erledet 2 Frau bin ich gut ich bin schon dabei Nein. Ich auch. Ey, okay, das heißt ja Lustiger-Loll-Abend, also dürfen wir nicht richtig spielen. Macht Sinn, oder? Schön, dass deine Basalen, ey. Danke für deinen Basalen-Kill. So, ich hab ich schon, hab ich voll zu kommen. Ren in den Tower. Sehr schön. Jetzt dreh ich mich da durch. Achtung, boah. Dreh durch. Gleichzeitig durch, ey. Wenn ihr mich aufhört, dreh durch. Ja, und ich bin Jaxx, aber kann nicht Tower da. Also ich bin so auch. Gott, du kannst nicht Tower da, du Jaxx. Du schädigst mir. Ach, weil er ist der Beste. Ah! Hey! Oh, Bauer! Ich hab anstatt wegzurennen auf den Basalen-Rechts geklickt. Oh, doof. Sehr gut, weiter so. Hallo. Du kriegst ja doch nicht mehr Barm. Nein, du bist der Einzige, der ihn noch aufhalten kann. Los. Wenn du nimmst dein Ulti, dann kannst du nicht sterben. Kill in. Lein benutzt auch dein Ulti, du, nun. Er hat noch keine Ultima. Doch. Ich sag's aber. Ne, ich mein, drinnen mehr. Jetzt kannst du ihn noch töten mit dein Ulti. Kannst du ihn? Oh, du bist so was schlecht. Ah! Wir leben! Nein! Wieso wäre ich ein Leben? Du hättest ihn nur schlagen müssen, nicht verkrimmt. Ah, der hat doch tot. Ich bin nicht weggewandt. Wieso? Ich bin nicht weg, ey. Oh, du bist so ein Lacker, ey. Oh, du bist so ein Lacker, ey. Oh, du bist so ein Lacker, ey. Lass mir lass' es zu luden. Fuhuu, der Restand! Ich bin der Einzige, der es gibt nur mehr auf, nee, nicht wirklich. Das ist das gegen den Tempel mehr auf, ein paar Mal, ja. Das ist das eigentliche, der in dem Trauerwelt kam. Oh Gott, also Ulti. Ja, jetzt, aber jetzt haben wir ein Problem. Ein großes Problem. Ein Grosblem. Eindrück. Nein, das kann nie sein. Ich kann kein Stand. Ich kann nichts tun, siesst du? Wow! Dairosch. Oh Gott, Lula! Hilf mir! Hilf mir! Loob! Ich komme! Loob! Loob! Oh Gott! Muss ich auch noch wegwarten! Lion, rett uns! Me is in the bush! Waiting! Okay, mach den Exit! Angriff! Wo bist du? Schau mal! Das ist Welttypelin! Hallo! Achtung! Nein! Kommt aus dem oberen Bus! Nein! Ich werde sterben! Oh mein Gott, ich hab Angst! Okay, wenn wir jetzt alle aufgehen, können wir ihn typen! Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab ganz viel Angst! Ich hab ganz viel Angst! Doch nicht! Daaaah! Daaaah! Neiiiin! Hahaha! Oh du tippst so ein Lacker! Hey, es ist so ein Dreck gegen ihn zu spielen! Oh, unverschämt, ey! Okay! Aber hast du noch viel Leben! 60! Kann ich fast hinüber drehen! Aber da ist ein komischer Viker! Komm, der macht ja nichts, oder? Du kannst ja nicht stunnen und so! Ne, kann ich nicht! So! Tauer! 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 Er hat schon 2 Kittels, der ist schon gefeedet! Tauer! Tauer! Achtung! Schau mal! Er portet sich back! Schnell! Ja! Ich bin geistig! Oh, du bist so nah, ey! Okay, ich gebe euch einen Tipp, ihr müsst den nächstes da hinten töten! Echt? Nach tausend Mal hab ich den Dreh-Tipp verstanden, johle! Mörder! Ja, weißt du lustig! Ich bin so oft und ich kriege deinen Tauer ohne, dass du das merkst! Und ich sag's ihm jetzt noch immer, weil ich so intelligent bin! Achtung drinnen, aber er kommt hoch, ne? Echt? Ja, das muss... Ach! Ich wusste es! Rennst mich nicht! Rennst mich nicht! Rennst zu mir! Rennst zu mir! Rennst zu mir! Kriegst mich nicht! Ich bin zu ord... Ja, ey! Du bist da unten, du Felder! Ich weiß! Renn trotzdem zu mir! Du bist keine Hilfe! Rennst zu mir! Rennst zu mir! Guck mal! Du bist da oben und musst einfach hier hinrennen! Zu mir! Dann helf ich dir schon! Irgendwie! Mir ist sicher! Trindermeer helft. We- We! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Trindermeer kommt runter und will euch alle töten! Lalalala Ich bleib' oben und irradiere ihn mit meiner Entscheidung und keine Punkte vor der Win! So! Ey, das ist unfair, wenn er auf zwei Lanes pusht. Das Ganze ist verteidigend! Ja! Ja! Dann muss ich jetzt ganz wütend werden um eine Rage! NOOOOOOINN! Slug! Push, 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 push. Ich will einfach nur damit aussteigen! Und die klauen mir die E-P! Was? Ja, schnell, weigeln jetzt! Nein, los! Schöne, die Lion! Was ist doch? Ich hab doch meinen Ulti geschüttelt, und so verdickter Huren, und was soll denn denn, schweiß? Das kann doch nicht angehen, diese scheiße Huren, und was soll denn das? Das ist doch unser Anleger, also warum möglich? Das ist einer, das fühlst du die Mühe, das geht doch nicht! Das wollte ich mir auch gerade sagen! Das ist mir die Worte aus dem Punkt! Ich mach Gemüse! Ich mach Gemüse! Nein! Ich hab die Wulti gezündet, du! Ich hab die Wulti gezündet! Ich hab die Wulti gezündet! Ganz schlimm! Weigere, du Hurensohn! Bleib mal stehen! Nö! Ich zängte das Geist, und von direkt zu kommen! Schon wieder das Auto! Schon wieder das Auto! Ich bin mal mehr! Wo bist du? Boot, 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 boot! Ich hab's voll die geile Idee! Ich spiel jetzt voll den overpowered, ne! Angriffstempo! Wie sehr ehrlich! Schattenklinge! Ich spiel den Stack jetzt Schattenkling! Das ist meine neue Strategie! Oh, Hilfe! Hilfe mir doch! Geht nicht, ich war tot! Und ich bin wieder tot! Ich chill dich jetzt, Mann Schlaumeier! Du bist so oftbar! So ist oftbar gegen mich! Oh Gott! Ich renn lieber doch weg! Ich hab's mir anders überlegt! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Wow, ich hab 0, 6, 0! Top das erst mal! 0, 3, 1! Hallo? 4, 0! Oh, klingelt ja hartgärig, ey! Ja, voll hartgärig von mir! So hochpowered jetzt! Ey, das ist dann trotzdem wie unfair das ist! Das wäre unverwendig! Das ist voll OP, das Ding! Loll, lall, lall, lall. Oh, lall, 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 lall. War zu kürz mich! Mein undher! Nein, echt, der tötet sich! Lass, jetzt töt ihn doch! Loop! Ich gib dir, der Tower ist weg! Oh, jetzt hat er hier gezündet. Ja, gut gemacht! Wir sind weiterhin pushen als du! Toll! Mir kommt, Treffing! Gratulation! Ich zünde Geist! Ich komme! Ich rette die Welt! Auf zu pushen! Ey, was soll ich denn verhaschen? Nooooooooooooooo! Laufen! Ausgetrickt! Du Noobs! Ich glaub das funktioniert! Geh weeeeeeg! Kehlein! Ich rette dich! Fuck! Ey, das ist voll Teamwork hier! Ja, er ist fast daun! Tschüssi! Alter, das ist ja voll Teamwork hier schaut! Toll, jetzt weil wir We gostolden weg treten, euch. Ach wo lecht das an welchem Teamkameraden gleich? Ja meine Vassallenen meine Opie Das ist ja voll ok die Vassalle Mich selber mal! Hi jetzt, was machst du da? Ich krieg der cái Strom! Nein! F medio! Hör mir die Basalen! Hilf mir noch Schaden, Humber! Ich will jetzt keine Basalen! Oh Gott! Oh, ich habe ihn noch gestern! Dreckspiel! Dreckspiel! Tönt ihr mal! Der mir ist das Rass saugen, oder? Ey, ich weiß, wie wir fokussen müssen! Trönder mehr! Das ist eine dumme Taktik drin, da mir zu fokussen! Stimmt! Ja, hab ich auch gerade sagen! Aber irgendwie ist er der Einzige! Sind alle anderen AFK? Ja, das ist voll das Scheißteam, das ich hier habe! Die zangeln auch aus den AFK! Oh, aber das AFK, das ist total das falsche Deutsche! Äh, Engel ist auch egal! Ja, in League of Legends reicht das schon! Killt ihn! Ich komme! Killt ihn! Killt ihn! Ich möchte nicht! Ich möchte aber... Gott, Beteiligung! Gute! Oh, wie viele hände man nicht totkriegen! Du bist so weit weg! Okay, ich versuch's gar nicht erst voll Tauern! Ich kann nicht... Ah, schatze! Super! Toll, dass du zurückkriegst! Beidee! Also, er ist kein zu, was auf dem Weg ist. Und es ist noch mal wieder... Im Gegenteil! Vielen Dank.